Der erste Waldspaziergang. Das ist Hedda. Henni? Henni? Hulli? Rechts Hulli, links Henni. Nach dem langen Spaziergang sind sie froh, wieder zu Hause auf ihrer Wiese zu sein. Das ist Hulli. Und die da liegt, ist Hedda. Nein! Nein! Das ist Hexe. Rechts ist Hundsucht. Der Schreihals ist Hundsucht. Das ist Hundsucht. Das ist Hundsucht.